So, neue Runde, was ist es? Bürgerkrieg? Nein! Ja gut, gucken was diesmal ist. Diesmal immer noch alleine. Leider. Ich hätte jetzt wieder gedacht, es kommen wieder 10.000 Leute dran. Aber hat keiner eingeloggt, deswegen ist mir egal. Kann ich auch nichts für. Wenn ihr da reinkommen wollt, müsst ihr euch einloggen. Und auch mit. Und natürlich auch mit. Mich anschreiben, am besten mit mich anfragen, weil... Wenn ich euch anfrage, ist es mal so ein bisschen blöd. Also am besten mit mich anschreiben. Es heißt aber nicht, dass ich unbedingt gleich mit euch mache, weil... Es kann auch sein, dass ich es gerade mit der anderen Gruppe oder sowas mal was mache. Man kann sich ja leider nur zu viel tristen, so ist es blöd. Oh, wir schmiegen in der Republik. Und ja, deswegen kann es ja sein, dass wir vielleicht noch ein bisschen warten, bis sie wieder reinkommt. Wenn viele wollen. Ursprünglich wollte ich ja auch mit... Warte, noch Namen sortieren. Wie wollte ich spielen eigentlich mit... Wie wollte ich denn spielen? Ich habe das vergessen hier. Irgendjemand auf jeden Fall hat sich da abgeschrieben, dass er mit bespielen will. Auch gestern nochmal. Und ja, dann war trotzdem nichts. So. Wir buffen natürlich erstmal. Und gehen jetzt zum wunderschönen Geleiter. Habe ich einen Wander dabei? Natürlich wieder nicht. Oh, Sensoren funktioniert hier ja auch nicht. Oh, Chat, dann machen wir vielleicht eine Idee. Soll ich wieder Hi hier schreiben? Ist ja auch alles ganz schön. Hey. Oh, ich kriege eine Antwort. Geil. Vielleicht aber hier, oder? Ich weiß immer noch nicht, wo das Teil ist. Ja, fast richtig. Wenn ich treffen würde, heißt es. Und wenn ich dicht dran genug stehen würde. Äh. Dicht dran genug. Genau. Das ist Deutsch. Dicht dran genug. Natürlich. Dicht. Ja. Wie heißt es? Warte. Dicht dran genug. Also. Egal, was du willst. Deutsche Sprache ist schwere Sprache. Äh. Zum Teil hier. Guck mal. Mal wieder unsere typische Anfangsroute machen. Schön. Versuchen zu tappen. Was hundertprozentig sowieso nicht klappt. Ja, wir haben es gewusst. Ich habe wieder Probleme mit der Maus. Äh. Einer ist Ost. Scheiße. Da muss ich nochmal hingehen. Energieanstiege registriert. Sie haben die Geschützpapari. Ich komme. Ein bisschen lahm. Total lahm hier. Okay, wenn die Runde schon wieder so scheiße anfängt. Aber wo wollen die jetzt wieder zu uns hier? Ja, wie hält es sich denn jetzt wieder hoch hier? Das ist doch ein Hütter. Der kann sich doch gar nicht heilen. Sauerei. Ne, warte. Tappen wir jetzt Schwachsinn. Komm, lass mich einen Kill machen. Fünf Verdien haben wir schon. Boah. Was will denn der Typ hier überhaupt? Ich versuch's einfach mal hier das Geschütz zu nehmen. Ja, natürlich kommt der dann wieder an. Ein Verbündeter ist unschlagbar. Der Typ kann uns jetzt schön aufhalten hier. Ne, ich lass mich hier nicht weglocken. Ich nehme jetzt einfach mal hier das Geschütz. Ein Verbündeter ist unschlagbar. Wenn er es wieder haben will. Boah. Komm her, du kleine Sau. Die Sau, ey. Die nervt. Und das wie? Ne, jetzt kriegst du uns dann... Hallo, triff den nochmal. Hey, warum wirft der denn jetzt nicht? Ist der doof? Heckt der hier schon wieder? Kann nicht sein, dass ich die ganze Zeit hier irgendwas drücke und damit nichts macht und er einfach nicht stirbt. Endlich. Jetzt ist er tot. Gut. Jetzt kommen wir uns eigentlich mal das Geschütz hier hoffentlich. Was sie mit dahin haben wir jetzt schon mal? Wir seid unschlagbar. Nice. Ey, vielleicht sollte jetzt mal einer da bleiben. Ich will nicht hier stehen bleiben. Ich will hier nicht stehen bleiben. Ich will in die Mitte gehen. Ich bin bloß ein leichtes Opfer. Ich bin keine Bedrohung für den Gegner. So, ich glaub das hier jetzt... Damals hatte ich hier schon mal einen richtig dummen Fehler gemacht. Das erzähle ich jetzt glaub ich nicht nochmal. Das hab ich schon tausendmal erzählt. Was ich hier gemacht hab. Was ist clear? Wie sieht's hier aus? Bitte greifen sie ordentlich an. Hoffentlich kriegen wir die jetzt auch bald mal. Hat sie noch irgendwann eingeloggt? Ich mag diese Freunde, das ist in diesem Spiel überhaupt nicht. Das hab ich schon tausendmal gesagt. Hier oben steht zwei Freunde online und hier oben steht gar nichts. Das ist so ein bisschen dumm. Weil er immer nur die hier oben anzeigt, die in der Zeit online gekommen sind, wie hier... Wie ich hier in dem Bereich hier schon bin. Also er zeigt mir immer nur die an, die online gekommen sind, während ich im Bürgerkrieg war. Das find ich ein bisschen dumm. Oder halt auf... Ja gut, das find ich immer so ein bisschen nervig. Manchmal sagt der leuchtet mich totalen Scheiß an. Warum hab ich Rutenball schon wieder aktiv, ey? Was ist damit? Scheint sieht's hier aber ziemlich ruhig aus. Eigentlich kann man die sich ja nur hinstellen und aufpassen. Ich hab jetzt auch wieder ne Menge Heldenlisten gemacht. Hab hier deswegen auch wieder so viele Kisten. Und dann bevor wieder die Fragen kommen, warum ich die nicht eintausche. Ganz einfach. Weil ich sie so stacken kann. Weil nachdem ich sie eingetauscht habe, kann ich sie nicht mehr stacken. Und alle auf einmal zu öffnen, wer quatsche ich. Das würde erstens ewig dauern. Und zweitens hab ich drauf überhaupt keinen Bock. Und drittens öffne ich die Diversion direkt in den Folgen. Auch wenn ich jetzt kaum noch Folgen mache. Dafür hab ich immer eine Schiffelzeit zum Farmen. Okay, hier ist wieder dieser nervige Bug. Jetzt müssen wir ihn ein bisschen rein scrollen. Gut, das ist natürlich keine schönen Verteidigungsmarken fahren. Oder auch nicht, weil ich gar keine bekomme. Oh fuck. Ost eins. Da denkst du, ich seh das nicht, oder wat? Das ist schon wieder dieser scheiß Hüter, ey. Wo ist er denn jetzt schon wieder? Wo ist er denn jetzt schon wieder? Oh, oh. Zwei. Extra ist jetzt online. Ach genau, mit ihm wollte ich glaube ich BVP machen. Ich hab Ost zwei gesagt, warum kommt da jetzt keiner? Ist das überhaupt Ost? Ich hab doch Ost zwei gesagt. Gut. Jetzt zeigt er mir oben nämlich Freunde eins an. Ich hab Ost zwei gesagt und keiner ist gekommen. Warte mal kurz während ich jetzt hier laufe, kann ich mal ganz kurz hier schnell die Zeit nehmen und Hi schreiben. Aber das ist jetzt nämlich das Problem. Jetzt haben wir nämlich die Mitte. Gut, jetzt kann ich nicht schreiben, weil ich jetzt hier grad aufpassen muss. Ja, aber das ist wieder ein bisschen scheiße jetzt gewesen. Hallo, renner nicht die ganze Zeit weg und doch dafür, dass ich nicht mitrennen kann. Ich will dochen, ich will dochen hier, genau, dochen. Ducken natürlich. Boah, manchmal will er aber auch. Manchmal drückt er aber auch das, was ich nicht will. So. Jetzt hängen natürlich alle hier. Haben schon 16,45. Ich hab grad mal die zweite Runde, ey. Außer mal, ich werd doch hier gestunnt, bis zum geht nicht mehr, ne? Jetzt hab ich auch nicht meine tollen Schild. Wurde ja auch geschrieben, dass ich ihn ja öfters nutzen soll. Das weiß ich natürlich. Aber ich vergesse halt immer wieder. Liegt auch daran, dass ich halt nicht tagtäglich BVP spiele, sondern halt nur einmal in der Woche. Und jetzt übrigens, was ich auch noch anmerken wollte, ich werde jetzt in der nächsten Zeit jetzt also von... Boah, wir haben das Geschütz da bekommen. Warte, dann schnell dahin. Wenn ich jetzt sterbe, ist es mir eigentlich sogar gut, weil dann würde ich da sogar schnell hinkommen. Warte mal. Auf jeden Fall werde ich jetzt von Montag bis Donnerstag werde ich nicht da sein. Das heißt also, die Folgen, die werden es später kommen. Wahrscheinlich Mitte-Deffen. Ja, Mitte. Ich komm in die Mitte, ich bin in der Mitte. Jetzt halt haben wir wieder zwei Geschütze. Das wird sich wahrscheinlich wieder schnell ändern, wenn irgendwann mal wieder verpennt anzusagen. So, das hier ist bestimmt wieder ein Heiler. Reicht. Okay, aber dann geh ich mal nach da. Da ist nichts los, okay. Ich werde mich mal hier oben so hinstellen. Ja, natürlich, bevor ich mein Schild aktivieren will. Muss hier wieder so ein Typ kommen. Äh, fuck, wird er jetzt noch da? Äh, fuck, da sind Gegner. West. Fuck. West. Äh, zwei. Okay, aber da sind genug. Okay, hier sind genug, Leute. Ja, zurzeit stehen wir noch hinten, aber ich hoffe mal, dass sich das jetzt nicht mehr wieder ändert. Ich werde erstmal hierbleiben und weiter kämpfen. Boah, fuck, 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 fuck mir das Medi-Pack. Ich muss mir die Medi-Packs echt mal so eine Taste legen. Wird wieder so eine mega knappe Runde hier werden. Wahrscheinlich. So, hier sind jetzt wahrscheinlich genug, Leute, oder? Eins, zwei, drei, vier, wir sind viel zu viele hier. Ich geh mal weg hier. Ich geh wieder zurück in die Mitte. Besten Heilung kriege ich auch noch. Finde ich toll. Kurz hier kratzen, Autolaufen anmachen. Ist natürlich auch eine sehr praktische Funktion, die ich mir grundsätzlich eigentlich auch in jedem Spiel, wo man laufen muss, wünsche. Okay, da kämpfen sie schon wieder. Ja, aber vielleicht sollten nicht alle hier in die Mitte rennen. Aber was heißt alle? Leute, vielleicht sollten die auch nicht zufällig in die Mitte rennen. Auf jeden Fall einer oder zwei da bleiben. Am besten zwei. Die können da immer wieder angreifen. Und wenn da wieder irgendjemand ist, der nicht ansagt, ist es scheiße. Oh fuck, da will wieder einer hinrennen. Äh, ja, super. Energieanstiege registriert. Warum sagt ihr denn hier nichts an? Ja, warte, und da war noch einer. Warum hat der nichts angesagt? Genau das war nämlich das, was ich gerade gemeint habe. Wenn da wieder irgendjemand ist, der nichts ansagt, dann ist es scheiße. Und das ist natürlich auch der Grund, warum wir dann immer so schnell verlieren. Okay, warte schnell nach Westen wieder zurück. Kann nicht in der Mitte länger aufhalten, sondern schnell wieder zurück zum Westen. Okay, ich sehe einen Strahl, der wieder weggegangen ist. 220 zu 260. Ist noch nichts verloren. Ja, obwohl jetzt kommen wir schon wieder in die nächsten Gegner an. Boah, Kamera. Boah, was war das gerade wieder für eine Verzögerung? Ich habe draufgeklickt und erst beim zweiten Klicken hat er es jetzt angenommen, dass ich eigentlich draufgeklickt habe. Boah, sag mal, warum schubst du mich eigentlich immer weg, bevor ich mein Schild hier aktivieren kann? Wäre auch so schön gewesen. Was ist jetzt hier scheiße? Doch mal. Wie auf was kann denn da klicken, dass er es eigentlich mal akzeptiert? Ey, das ist immer... Komm, die sind gerade beschäftigt, die sind gerade beschäftigt. Komm, da schaffen wir, da schaffen wir, da schaffen wir. Boah, gerade so. Boah, gerade so. Du kriegst das Ding nicht, ich kann es vergessen. Schon bin ich hier und schon geht es wieder. Auch wenn ich normalerweise scheiße spiele. Haben wir gerade hier eine extrem knappe Bürgerkriegrunde. Die Runde wird wieder sehr, sehr knapp werden. Okay, keine Gegner mehr. Das ist gut und schlecht. Aber jetzt werden sie wieder die Mitte angreifen. Das heißt, schnell nicht zur Mitte und nicht am Stein festhängen. Auto laufen an. Komm, schneller, schneller, schneller. Was das Problem ist, ich weiß jetzt nicht, wie viele in der Mitte sind. Weil wieder keiner was ansagt. Ich bin der Einzige, der was ansagt. Glaube ich. So viele sind die eigentlich gar nicht. Warum das denn? Mitte, ja, wie viel? M5. Nicht alle hingehen, ja. Also mit M5 meine ich natürlich fünf Gegner in der Mitte. Zwei. Drei. Drei. Drei? So viele wirklich? Also so viele sollten ja nun auch nicht defen. Boah, 110 zu 130, ey. Ich geh am besten mal wieder da hin. Die können ja hier in der Mitte bleiben. Oh, da kommt schon ein Gegner. Oder? Oder? Ich hab grad einen gesehen. Wir verlieren die Schilder. Kontrolle über die feindlichen Waffen übernehmen. Ich hab grad einen gesehen, das weiß ich ganz genau. Da hinten. Hier ist aber keiner anscheinend, oder? Komm, ärgern wir ihn mal ein bisschen. Zustand des republikanischen Schiffs kritisch. Leiderfeuern! Okay, ich bleib mal hier. Eins, zwei, drei. Passt. Fünf sind noch da. Boah, wird das ein knappes Ding. Wir dürfen jetzt auf gar keinen Fall mehr ein Geschütz verlieren. Wir dürfen noch ein bisschen Schaden machen, so ungefähr bis der Gegner weniger als die Hälfte von uns hat. Also von unserer Lebensanergie. Weil dann hat man nämlich eigentlich gewonnen. Wenn man natürlich noch sein... Mindestens ein zweites Geschütz hält. Und warum kommt jetzt gar keiner? Haben die Gegner langweilig geworden, oder was? Gehen sie alle in die Mitte? Oder? Da steht einer. Komm her. Komm ich schon vorher auch mal mit einer Pistole ab. Geil. 50 zu 70. Äh. 40, 60. 30, 60. Eigentlich haben wir das jetzt so gut wie gewonnen eigentlich, oder? Oder, oder? Kann sich alles nochmal entscheiden. Es muss auf jeden Fall auf 20 runter gehen. Dann haben wir gewonnen. Wenn das nicht runter geht. Komm, komm, komm. 20, 60. Okay, das haben wir gewonnen. 20, 50. 10, 50 ab haben wir gewonnen. Nice. Haben wir doch noch gewonnen. Boah. Das Schiff der Republik wurde eliminiert. Die Verteidigung des Planeten ist in unserer Hand. Boah, geil. GG. 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 Hat er doch gemacht. Oh, Heilermeister. Was habe ich gemacht? 5 Tonnen Gesundheit wiederhergestellt. Wie habe ich das denn gemacht? Okay, wie gebe ich? Gehen wir mal einfach mal diesmal wieder nach Heilung. Dann gebe ich ihn hier. Warte. 12 Tonnen Ziel. 14 Medaillen. Natürlich wäre es unbesiegbar, aber natürlich wird es oft gestorben. Deswegen ist es natürlich jetzt nicht geil. Ich wurde bestehbar abgeworfen. Gut, dann entweder bis gleich oder...